Hallo und Herzlich Willkommen zu einer Reihenfolge vom Erlangenfeld worum es sich angeht Wir werden in dieser Folge warte mach ich noch ein bisschen drüber Wir werden in dieser Folge jetzt erstmal den hier los schicken die einstehen Ah ja dann kann er hier erstmal dünn Wir werden es erstmal um die Tiere jetzt kümmern mit dem Case so vielleicht ja ich denke wenn wir noch Dings nachlegen müssen erstmal an noch na wir machen nochmal so dann kommt man da rein schnell ähm was die Tiere jetzt so haben so Hühner brauchen Sauberkeit das kann eigentlich nicht sein haben wir gerade gemacht ähm Weizengerste könnten wir mal wieder nachlegen und holen wir mal was Sauberkeit ne ist doch jetzt da liegt die noch immer rein nein hier vorne was ist das hier vorne was ist das schlafen ne so so es ist das wenn die nicht das ist das nicht nicht es ist das nicht was ich nicht Kompressionsrate 86, Keine Ahnung. Nächstes hier in 50 Stunden. Ah ja, haben wir grad mal 16 Liter. Ist das hier anders, wenn wir da hingehen? Ja. Aber, ich glaub wir werden nicht mal dazu fahren, Hühner oder was zu kaufen. Eier zu kaufen. Jetzt müssen wir mal kurz in ein Pferdchen reingucken, weil ich das ganz vergessen. Pferdchen hab ich ja schon fertig. So, die brauchen das auch alles fertig. Stroh könnten sie mal gebrauchen. Hafer vielleicht noch ein bisschen. Wasser haben sie fast immer voll. Und Heu und der Heupelitz haben sie auch fast voll. Ja gut, wir lesen erst mal den Sektion. Und dann lassen wir nebenbei schon die Zeit vorlaufen. Dann lassen wir nebenbei schon die Zeit vorlaufen. Dann lassen wir nebenbei schon die Zeit vorlaufen. Dann lassen wir jetzt mal kurz drücken. So. Schaukeln lassen wir jetzt auch noch mal drücken. Dann lassen wir noch drücken. Dann lassen wir jetzt noch drücken. Ich glaube nicht, dass bei dem Schroß die Gabel ist. Das war auch nicht. Das war mal wieder. So, vier. Ay! 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 Egal, jetzt haben wir kein Gewicht mit. Egal. Ähm, aber wenn wir es umgehen, dann ist es okay. Ah ja, hab ich da wieder hochgemacht. Also, wenn wir uns umgehen, dann können wir uns umgehen. Einmal? Ja, ich bin ein Witz. Egal. 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 Ok, das ist ein Kohlreise. Und hier ist das Kohlreise. Und dann muss er das auch rein sein. Hier, tut er bleibt dann auch schon wieder? Ne, sagt nicht. Eierdaten. ähm ähm so und dann dann und so und war es und 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 hier und 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 die ganze Nacht vorlaufen. Ich hoffe, dass dann da hinten kein Info kommt. Ich bin froh, weil wir haben ja einen. Ich weiß nicht, dass ich reden kann. Ich bin immer wegen das, dass ich reden kann. Ich hab noch nur noch. Wir müssen noch zurück, dass du da bist. Aber du willst nicht mehr sehen? Der ist schon woher. Der ist inmund, hier. Der ist ein paar kleine kleine, oder? Okay. Ah ja. So. So, wir warten ja schon mal durch die Flügel. Und die Flügel. So, die kommen doch gerade nicht. So, gut dann. So, das ist die Flügel. Ich lasse mal in die andere Flügel. Okay. Okay, die Flügel. So, das ist die Flügel. Okay. Machen wir das ein bisschen besser. Okay. Abschneiden. 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 das ist ja immer so. So, hier stellen wir ihn auf. Das nehmen wir an. Und dann gehen wir mal hoch. habe ich nicht aber hier ist das Gras gewachsen so dann gucken wir mal wie es in unserer Gerse steht aber es dauert alles wirklich lange wenn ich die Speedbanks Geschwindigkeiten vorfasse aber Unkraut ist trotzdem na egal wir lassen Unkraut jetzt weil wir jetzt keine Pflegebereitung haben das wird nachher wieder los und jetzt wird sie wieder in der Hälfte sehen na ja ist egal eigentlich so das machen wir jetzt was machen wir jetzt ich würde sagen wir enden die Folge an dieser Stelle in der nächsten Folge werden wir alles mögliche tun also wir werden die Wiese mähen und greschen und werden wir es schaffen sogar noch Spaden oder die Gerste verkaufen das wird es mal sehen aber wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Daumen und ein Abo da und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal wir wollen schon wir wollen schon